Heute gibt es mal noch ein paar Steelbook-Tipps und zwar aus Deutschland. Hier sind einige Steelbooks reduziert worden, die zuletzt erst erschienen sind. Außerdem zeige ich euch noch ein paar Tipps, wo ihr euch Steelbooks kaufen könnt, die in Deutschland schon ausverkauft sind, zu Mondpreisen verkauft werden, aber im Ausland sogar im Angebot sind und eine deutsche Tonspur haben. Also legen wir los mit Amazon Deutschland. Hier ist die 20-Jahre-Jubiläums-Edition zu der D-Born-Identität im Steelbook Plus reduziert worden. Die ist erst im Juni erschienen für 38,99 Euro. Jetzt haben wir diese schicke Edition zu einem Preis von 27,79 Euro. Da habt ihr das Steelbook, den Film in 4K und dann auch noch ein paar weitere nette und schöne Gimmicks mit dazu. Also man sieht es, manchmal lohnt es sich definitiv zu warten. Dann haben wir noch Moonfall im 4K-Steelbook. Das gab es ja zum Prime Day reduziert. Jetzt auch für alle Nicht-Prime-Mitglieder zum Angebotspreis verfügbar von 32,97 Euro. Genauso verhält es sich dann mit dem 2K-Steelbook für 17,97 Euro. Außerdem haben wir noch Grease 2. Auch dieses Steelbook erst im Juni veröffentlicht worden für 23,88 Euro. Jetzt für 18,88 Euro zu haben. Klar, der Film ist Geschmackssache. Aber wer darauf steht, kann das Ganze sich jetzt eben vergünstigt in die Sammlung holen. Dann hätten wir noch Battle Royale 2 für 11,97 Euro. Und Kingdom für 8,97 Euro. Außerdem läuft ja aktuell noch die Aktion 3 für 2 von Marvel. Und da könnt ihr euch auch ein paar Steelbooks miteinander kombinieren. Das ist natürlich eine schöne Sache. Die Mondo Steelbooks in 4K habt ihr hier zum Beispiel. Oder auch Eternals. Ja, ich weiß, über den Film braucht man nicht großartig reden. Aber wer mag, kann sich den eben auch zur Vollständigkeit halber oder so in die Sammlung holen. Jetzt zum vergünstigten Preis. Außerdem haben wir hier noch ein paar ältere Steelbooks am Start, die man miteinander kombinieren kann. Und da wir ja zuletzt darüber gesprochen haben, weil ich hier auch Doctor Strange sehe, das zweite Steelbook, da haben sie sich wirklich nicht mehr Mühe gegeben, wenn man das mit dem ersten geprägten, schön geprägten Steelbook vergleicht. Aber es geht natürlich noch schlechter für mich. Damals das Black Panther Steelbook hier abartig schlecht vom Design. Was aber damals hier noch als Plus mit dabei war, eben die 3D-Version. Man sieht es auch hier noch bei Tortag der Entscheidung. Und das haben sie dann eben aufgehört. Und das ist sehr schade. Wer jetzt eben den Film hier noch in 3D haben möchte, der kann sich das ja mit den anderen Steelbooks kombinieren. Ansonsten natürlich hier dieses Black Panther Steelbook in dieser Mondo Collection. Abartig geil habe ich mir auch aus dem Ausland damals importiert, aber auch mit deutscher Tonspur. Und diese Glanzeffekte auf diesen goldenen Linien und hier alles sieht richtig, richtig schick aus. Also auch hier kann man einiges sparen als Steelbook-Liebhaber. Dann gehen wir rüber nach Bella Italia. Und dort ist für Batman wieder gelistet und das Ganze sogar reduziert, wie ihr sehen könnt, für 26 Euro. 26 D4K-Disc hat eine deutsche Tonspur mit an Bord. Dieses Motiv war ja auch sehr gefragt und beliebt bei uns in Deutschland, aber ruckzuck ausverkauft gewesen. Außerdem ist dann auch noch das zweite Motiv hier wieder gelistet für 29 Euro. 99, das hatte ich mir ja importiert gehabt. Und auch hier hat die 4K-Scheibe eine deutsche Tonspur. Hier können wir das Ganze nochmal durchgehen, wie das aussieht. Und ansonsten hätten wir hier ja in Deutschland die Steelbooks überall ausverkauft. Vereinzelt findet man sie noch in einem Shop, wenn man im Markt vor Ort ist. Ansonsten hier nur noch Mondpreise. Sie sparen 7%. Steckst du dir doch sonst wo hin. Ganz ehrlich, für 64,99 Euro. Ihr seht es hier. 29,99 Euro und die 4K hat eine deutsche Tonspur. Also zahlt nicht diese Mondpreise. Genauso das hier wird auch nur noch teuer verkauft. Und das kriegt ihr hier sogar vergünstigt für 26,26 Euro mit einer deutschen Tonspur auf der 4K-Disc. Und wir sehen es, wenn ich ein bisschen höher gehe. Das 2K-Steelbook ist jetzt hier von Amazon wieder gelistet, auch für Prime-Mitglieder. Aber auch allgemein sieht man, dass hier eben der Versand von Amazon erfolgt und auch der Verkauf. Und das startete mit 26,99 Euro. War damals schon viel zu hoch. Jetzt 32,99 Euro. Das würde ich nicht sagen. Guckt in die Märkte da noch irgendwo oder wartet mal ein bisschen ab. Vielleicht taucht wieder was im Ausland auf. Ihr seht es ja. Und verhofft kommt oft. Aber diese Preise sind ja abartig. Und die Steelbooks von Warner sind absolut nicht wert. Also vergesst es. Und wenn ihr hier bedenkt, das dürfte sogar schon günstiger sein als die Emery. Die 4K, die ja bei uns in Deutschland 29,99 Euro gekostet hat. Also von daher ist es definitiv mal eine Überlegung wert. Außerdem haben wir hier natürlich Dark Knight Rises und Batman Begins im Steelbook. Ist ja zuletzt erschienen für 34,99 Euro. Habe ich es bei Müller mal gesehen. 36,99 Euro hier bei Amazon. Und das würde ich auch definitiv nicht bezahlen. Denn bei Amazon Italien gibt es die Steelbooks auch. Ja, für 10 Euro weniger. Und da haben beide Discs eine deutsche Tonspur. Also bei Batman Begins. Auch bei The Dark Knight Rises. Und hier gibt es sogar noch eben The Dark Knight. Das ist ja bei uns auch überall ausverkauft. Findet man nur noch ganz selten irgendwo mal ganz kurzfristig aufblitzen. Und dann ist es auch schon wieder weg. Auch das könnt ihr euch hier aus Italien importieren. Und vielleicht kombiniert ihr das mit dem ein oder anderen Steelbook, um so die Versandkosten von circa im Durchschnitt immer so 4,50 Euro hier aufzusplitten. Dann lohnt sich die Geschichte auf jeden Fall. Außerdem haben wir dann noch fantastische Tierwesen. Drei Dumbledores Geheimnisse. Und hier habt ihr das Covermotiv, was bei uns in Deutschland das 2K Steelbook ziert. Hier habt ihr das 4K Steelbook. Und auf der 4K-Scheibe ist auch wieder deutscher Ton mit an Bord. Also auch das könnt ihr vielleicht miteinander kombinieren. 22,85 4K Steelbook mit deutscher Tonspur. Na bitte, geht doch. Wir haben dann außerdem noch Scream hier. Hier haben alle beiden Discs eine deutsche Tonspur. 25,57 Euro bei uns ja ausverkauft ab und zu. Blitzt immer ganz kurz auf. Dann ist es auch wieder schnell weg. Aber allerdings dafür 35 Euro oder so. Wenn ihr euch das importiert, wichtig. Beide Discs haben eine deutsche Tonspur. Aber es gab ja mal einen Tonspurfehler. Ob dieser jetzt hier bereits behoben ist. Ich wage es zu bezweifeln. Kann sein. Aber ich würde es auf jeden Fall testen. Und dann, falls ihr den Fehler drauf habt auf der Disc, dann guckt oder schreibt da Paramount an. Dann bekommt ihr die Discs hier ausgetauscht. Und da gab es ja mehrere Berichte. Einfach vielleicht auch bei Google eingeben. Scream 2022 4K Disc Austausch. Und da findet ihr etliche Berichte dazu. Und wisst dann auch gleich, wo ihr euch melden sollt. Falls ihr hiervon betroffen seid. Dann haben wir noch The Scorpion King. Das habe ich mir ja importiert. Im April sieht man hier noch. Und ein schickes Steelbook. Jetzt hier in 4K auch reduziert auf 22,57 Euro. Beide Discs haben eine deutsche Tonspur. Und genauso verhält es sich dann auch noch mit zu The Green Mile. Hier haben auch beide Discs eine deutsche Tonspur. Und hier könnt ihr euch dieses Steelbook für 21,57 Euro importieren. So viel einmal dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus.